ein herzliches servus es macht spaß elvis auf der bühne zu haben regionenfrei factory presset dvd limitiert auf 500 exemplare eine brandneue star dvd ist jetzt erhältlich und genau das worauf die fans gewartet haben in den letzten monaten wurde eine menge filmmaterial veröffentlicht tolles material zum sammeln aber es macht einfach keinen spaß es wegen schlechter schnitte asynchronen ton oder beidem anzusehen star hat einige der besten performance da draußen verwendet und sie zu einer großartigen neuerscheinung kombiniert die meisten dieser darbietungen sind vollständig diejenigen die es nicht sind wurden sehr schön eingefügt damit sie sie genießen können wir sehen und hören elvis viele großartige songs singen darunter raritäten wie ein live in bosom auf abraham behinze kurten outnow bereits 1997 veröffentlichte das label 2001 die erste ausgabe der eröffnungsshow vom 26 januar 1972 auf soundboard eine offenbarung zu der zeit da wenig über elvis erstes engagement in diesem jahr bekannt war also können sie sich nur vorstellen was für eine aufregung es war dieses unveröffentlichte soundboard zu fans auf der ganzen welt gebracht dann beschloss das audionics label 2008 es diesmal mit besserem klang für diejenigen zu veröffentlichen die die alte cd nicht mehr bekommen konnten wir bei next generation records sind der meinung dass genug zeit vergangen ist um diese show als unsere debüt veröffentlichung erneut zu veröffentlichen zumal 2022 das 50 jährige jubiläum der show markiert und eine offizielle veröffentlichung nicht stattfindet haben wir uns entschieden zum original zurückzukehren aufzunehmen und die show sorgfältig von grund auf zu mastern um die show jetzt so zu präsentieren wie sie klingen sollte mit einem druckvollen vollen sound der noch nie zuvor gehört wurde und jüngeren fans die möglichkeit gibt diese show zu bekommen und älteren fans die show im bestmöglichen sound zu bekommen ohne lange suchen zu müssen diese show ist für sich genommen historisch da sie das erste mal ist dass dem publikum eine ganz andere elvis show präsentiert wurde abgesehen von einigen brandneuen outfits weg war tats all right als eröffnungssong der elvis karriere startete und stattdessen würde elvis jetzt mit zizi rider eröffnen einem song den er zwei jahre zuvor während der show gesungen hatte und er auf seinem klassischen on stage album veröffentlicht wurde neue songs wurden hinzugefügt die elvis zuvor noch nicht aufgeführt hatte darunter die sridog nichts melodie never been to spine elvis neueste 45 rpm single until it's time for you to go und ein song aus seinem backkatalog darunter rabik hunk olaf ein song der noch nie zuvor live aufgeführt wurde obwohl er bereits 1958 aufgenommen wurde zeigte elvis seinen patriotismus indem er mickey newberry's an american trilogie aufnahmen und einen bleibenden eindruck hinterließ der wahre fan weiß wie wichtig diese show für die geschichte von elvis presley war und ist wir hoffen ihnen mit dieser veröffentlichung ein brandneues höherlebnis zu bieten einige seltene bonustracks von den 1972 aufgenommenen multitracks wurden hinzugefügt um die cd abzuschließen was ihnen bestimmt gefallen wird dies ist eine jule case veröffentlichung die mit einem 16 seitigen booklet mit informationen seltenen zeitungskritiken augenzeugen berichten und einigen unveröffentlichten super seltenen fotos präsentiert wird die während dieser saison aufgenommen wurden holen sie es sich jetzt und verpassen sie elvis behind the curtain nicht street arrow hat eine ganze reihe von elvis summer 1973 headline shows veröffentlicht aber die eröffnungs- und abschlussperformance waren immer bemerkenswerte ereignisse und diese hier ist keine ausnahme also sprach zarathustra wurde im berühmten eumer diodato arrangement gespielt elvis spielte das travel aus dem king kreole film zum ersten mal seit seinem 68 comeback und mischte es mit seiner kommenden single reiset on rock elvis überraschte sein publikum mit einer weiteren rarität memphis tennessee und der uraufführung von my boy das später im dezember 1973 aufgenommen und im januar 1975 auf einer weiteren hitsingel veröffentlicht wurde er spielte dieses lied in dieser saison oft aber nur selten danach als die american trilogie begann war eine runde projektionsleinwand heruntergekommen und elvis drehte sich um und sah sie hatte es aber offensichtlich nicht erwartet und sagte guter gott der mond fällt ich wünschte sie würden mir diese dinge sagen sie zeigten diaz von abraham linken der unabhängigkeitserklärung und dem amerikanischen adler elvis fühlte sich damit offensichtlich nicht wohl und das war die einzige nacht in der der mond verwendet wurde sedas vegas 6 august 1973 opening night wurde zuvor von piv 1993 feier in vegas cd und später in klarerem aber flachem sound von memory records 2008 reiset on vegas cd veröffentlicht der sound war trotzdem noch lange nicht der beste street arrow hatte das glück zwei unabhängige bänder dieses konzerts zu erhalten die nicht im umlauf sind eines davon aus der persönlichen sammlung von rex martin für diese ultimative veröffentlichung wurden beide bänder kombiniert um das bestmögliche ergebnis zu erzielen jede sekunde wurde verstärkt um das optimale höher erlebnis zu erreichen der sound wurde auf die richtige geschwindigkeit remastert danke fürs zuschauen euer tom